so und damit seid grüßt und willkommen hallo zu einem kleinen video heute im facecam format heute meine visage in voller auflösung drauf ja willkommen zu nennen wir es mal früher gab es diesen begriff traf du es auf meinem kanal früher hatte ich die twelf news bei mir auf youtube wo ich im mario kart spielen immer ein bisschen erzählt habe was aktuell auf meinem kanal läuft und was sich demnächst erwartet wenn was mal trafen muss willkommen zu einer neuen aufnahme des längst abgeschlossenen beendeten abgeschafften projekt und warf news die twelf news meine damen und herren für die kommenden monate für sommer 2021 ja der aufmerksame zuschauer wird vielleicht auf meinem kanal letzter zeit unter umständen ein bisschen was bemerkt haben nämlich dass sich das ein oder andere netzplay projekt mit zurzeit ziemlich häufig wiederholt hat dass das viele projekten öfters als gewöhnlich kam und dass manche projekte momentan ja weniger bis gar nicht vorkommen die rede ist von super mario 3d wird das bausers für die legend of zelda sowieso sind letzten auf der link betrieben nicht endlich betrieben wird sondern wie hieß das links awakening halt auf deutsch gesagt die ganzen nintendo switch mario selda pokémon läuft gar nicht da glaube ich gar nichts projekte was ihr mitbekommen haben könntet ist dass auf meinem kanal momentan der brunner doomsday minute of island der von texas ist jetzt die letzten tage zu ende gegangen und among us ziemlich häufig wiederholt gesicht kommt momentan bin ich privat in einer situation der ich sagen was mal so noch ein bisschen zeit brauche um ein bisschen auf mein leben momentan auf meine situation gerade klar zu kommen mich selbst klar zu kommen und mich ein bisschen mit privaten problemen mit und mit mir selbst so ein bisschen zu beschäftigen und ein bisschen erst mal klar zu kommen dazu muss jetzt keine weiteren ausschweifeln geben ich muss jetzt hier nicht meine privaten probleme auf youtube ausbreiten aber so viel sei euch mal gesagt das will ich auch euch transparent mal klar machen damit damit ihr vielleicht auch im sinn versteht warum das gerade so abläuft auf youtube wie es auf youtube gerade abläuft ich versuche momentan gerade so ein bisschen oder sagen wir es mal so ich habe ja anfang ich schreibe anfang jedes monat ein ausschweifen upload plan für jeden für den ganzen monat und weiß schon am anfang des monats ungefähr so was wird produziert was was kommt raus was das ist geplant für jeden tag welches video kommt an welchem tag und ja welches welche projekte zu sehen und dieser upload plan ist in den letzten in diesem monat und vielleicht noch so ein bisschen letzten monaten ein bisschen durcheinander gekommen auf twitch bin ich das muss ja auch noch mal hier und ich vermelden heute läuft mir eine schweißperle schon runter und die stirn das würde ich euch auch noch mal sagen ich streame live auf twitch fünf mal die woche meistens doch die meisten wochen bis auf wenige ausnahmen schaffe ich es fünf mal die woche live zu streamen dort wird momentan momentan ist nego der hobbit wird ab sonntag gestreamt also heute haben wir samstag den 24 7 es ist 15 nur 25 ab sonntag also am sonntag den 25 7 wird auf twitch nego der hobbit gestreamt der sich gut auf monkey einnimmt die special edition läuft auch gerade als stream projekt dass man jetzt zwei story games die ich gerade auf twitch aktiv spieler schaut dort unbedingt mal vorbei sich gut und auch den nego der hobbit sehr zu empfehlen und hat doch ganz interessante projekte ansonsten läuft gerade multiplayer sie oft tiefs pirate knife da stehen die flucht der big story spiele ich zusammen mit modi von prof mal dabei sein kann auch mal mit prof zusammen durch und minecraft arno wird gerade die staffel zwei minecraft spielen wir zusammen zuviert zuviert manchmal auch zu zweit manchmal zu dritt minecraft die parts davon die stream aufzeichnungs part von minecraft arno seht ihr momentan in abwechslung mit der inner world der last windmung gerade im abwechsel in abwechslung habe ich schon gesagt um 18 uhr momentan läuft mein penal zweitgliedrig um 14 uhr ein aufzeichnungs part momentan ziemlich dolle deponia among us und mind of islands und um 18 uhr kommt dann um dann alte stream aufzeichnungs von inner world ja was ich jetzt in den nächsten wochen erwarten wird ist viel am uns viel mit auf eins und viel deponia doomsday geplant war eigentlich das jetzt also heute wenn dieses video rauskommen sollte ich guck mal kurz in den plan ich habe jetzt mein upload plan hier auf dem handy da kann ich euch sagen was kommen sollte geplant wo heute ich denke mal das video kommt wird am freitag rauskommen dann sollte heute super mario 3d world rauskommen sollte ein neuer part 3d world kommen ja auch für den zukunft im monat august gibt es auch was zu sagen es ist ja jetzt schon quasi august ja da werde ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen gucken dass ich doch eine abwechslung schaffe es wird jetzt es wird sich jetzt abwechseln among us mind of islands und deponia doomsday bis wir damit durch sind das sind die projekte die ich gerade vor produziert habe die ich gerade parat habe die deswegen können die noch relativ zuverlässig kommen am 24 sind also heute heute gerade würde ich das aufnehmen kam um 14 uhr ein letztes da habe ich es mal wieder heißt mal wieder versucht das mal wieder geschafft da ich mal ein paluten game gespielt ein paluten spiel von einem india stoffen und client fan paluten fan das erstellt hat also soviel dazu es wird die nächsten tage und nächsten wochen ich weiß nicht wann wann ich mal wieder dazu komme switch spiele zu spielen vielleicht wird es zwischendurch die tage mal wieder zwischendurch die tage mal wieder letztes geben vielleicht vielleicht komme ich mal dazu mal wieder jetzt das zu spielen aber ja ich muss sagen es ist gerade privat geführt 100 das auf einen einmal ich habe es gerade wirklich etliche sachen die die blöderweise zur gleichen zeit kommen und die mich gerade massiv überfordern und deswegen ja habe ich also die beiden streams ich versuche bei den streams tapfer dran zu sein und die streams schaffe ich auch bisher ganz super 18 30 dann am abend ein bisschen zu streamen da komme ich ganz gut zurecht aber außerhalb der streams ich merke ich versuche es dann immer abends ein bisschen was aufzunehmen und ich merke wirklich ist dann eine kraft und alle da ist ja da ist nichts mehr da ist es kein batter keine batterie mehr dafür dafür darum das noch mich noch an die switch zu setzen und dann noch ein bisschen mario zu spielen daher habt ein bisschen nachsicht ansonsten werde ich mal schauen eventuell werde ich mal schauen ob es ein paar ob das ein oder andere streaming projekt was jetzt 18 uhr laufen sollte auf 14 uhr vorgelegt wird schreibt es mir mal in die kommentare wie ihr das seht unter umständen muss dann auch noch mal gucken wie ich das mich das gerät kriege eventuell dann im august auch ja was käme dann jetzt ich glaube nach nach der wird es kommen jetzt kommt käme jetzt nicht woher der ringer es wird schon den 18 uhr laufen lassen noch zwei sprig was haltet ihr denn davon schreibt es mir mal in die kommentare da finde ich eure meinung auch ganz wichtig lego herr der ringe das läuft jetzt noch bis ende 2021 18 uhr nach käme jetzt also danach hätte ich jetzt 3 out of 10 das game hätte ich noch und danach turno woods und keines horrorspiel was geht ihr davon wenn ich das mal wenn ich das jetzt um 14 uhr mal stattfinden lassen wenn ich davon mal da will ich die projekte jetzt mal durch die projekte die ich jetzt noch auf lage habe die ich jetzt schon für 2022 euch noch vorbereitet habe vor produziert habe ich gebe euch jetzt mal raushauen wenn ihr das jetzt schon mal zu sehen kriegt anstelle von super mario parts weil mit mint auf islands und mit deponia wird es dann auch bald zu ende gehen da so viele parts habe ich da nicht mehr vor produziert schreit es mir mal in die kommentare ob ihr das sehen wollt ansonsten die alternative werden leider momentan ziemlich ausfall ja ansonsten habe ich gerade noch ein projekt auf der produktionsliste da was demnächst eventuell kommen könnte ich da schreibe ich gerade an einem skript an das ist der bundestagswahl 2021 wo ich klein parteien mal vorstellen will wo ich euch mal eine kürze mal eine menge an kleinstparteien schmackhaft machen will wie lange das noch braucht und wenn ich dazu komme das gibt es zu schreiben und wann ich dazu komme dass das dann aufzunehmen zu schneiden zu im schnitz zu bearbeiten soll wieder so ein video im palwander stil werden wie es macht mit seinen politik videos dann immer so ein bisschen nübsches stock footage davor und dann ja passendes stock footage dazu von pixabay da kann man kostenlose stock footage sehr gut kriegen oder ja sonst was und dann da den ein bisschen parteien zu erklären ja ihr werdet zwischendurch mich vielleicht mal so ein bisschen in dem netztest oder in dem gerade erwähnten und ein video sehen ansonsten tut mir schrecklich leid dass für alle super mario fans und für alle nintendo jemals fans das ist ihr das jetzt müssen benachteiligen muss das jetzt ein bisschen zurücklassen muss naja super mario haben wir ja sehe ich gerade aber auch in den letzten monaten ziemlich knapp und jetzt gerade zurückblicken man snap das ist ja das muss jetzt momentan an das so ein bisschen auf eis gelegt werden ja ich hoffe ihr habt irgendwie verständnis dafür und ich würde sagen bevor das video noch länger wird ich habe jetzt eine ganze weile gequatscht ich dachte es wird ein relativ kurzes video ich geh mir mal was zu trinken holen flasche leer hier ich rede wie eine flasche leer die spieler wie zwei oder drei die spieler waren schwach wie eine flasche leer wir sehen uns im nächsten video im vor produzierten video im nächsten vor produzierten video ansonsten live auf Deutsch fünfmal die woche 1830 schau dir dort mal rein da könnt ihr mich live direkt da sehe ich nicht ich habe keine facecam an meistens aber ja schaut mal vorbei montag und mittwoch montag mittwoch und sonntag könnt ihr euch fast schon darauf verlassen dass da eines der beiden story games kommt und das wochenende freitag und samstag ist manchmal für see of thieves und da wird der podcast auch gemacht samstags podcast oder minecraft zeit und freitag entweder story game oder see of thieves schaut rein es gibt auf twitch wenn du auf meine kanalseite geht auf twitch gibt es einen zeitplan so heißt der da liste ich dann immer auf was die woche gespielt wird wenn er dann montag mal drauf schaut auf den auf den twitch plan dann seht ihr was was euch die woche erwartet und schaut mal rein 1830 dann auf twitter poste ich da immer einen link zu ihr müsst euch nicht anmelden dort um dort live zuzuschauen wenn ihr mit wenn ihr mit checken wollt im steam wäre es nett wenn ihr ein follow da lasst da habe ich momentan ein follow follower only aus gründen ein lasten follow da dann könnt ihr auch mit chatten ja ansonsten zugucken könnt ihr einfach mit dem browser könnt ihr einfach wenn ein wenig das auf twitch oder auf discord könnt ihr auch mal auf discord kommen auf meinen discord server beitreten da wird das auch mal gepostet einfach auf den link klicken da könnt ihr auch zuschauen über den browser dann müsst ihr euch nicht twitch für installieren und so kostenlos komplett kostenlos live direkt könnt ihr mich live in farbe hören ja also ansonsten sehen wir uns die nächsten tage in deponia in minecraft in the inner world und den anderen projekten wieder mind of islands natürlich und das was ich jetzt noch vergessen habe man sieht sich ich habe dann auch einen angenehmen fürstlichen tag hauter man sieht sich bis dahin tschau j j j j j j j Vielen Dank.